Kommt ein Mann zum Arzt, ne? Am Tag nach der Wahl, ne? Reicht dem Arzt so ein kleines Zettelchen, wo drauf steht, ich hab meine Stimme verloren. Sagt der Arzt, hast wohl der FDP gegeben? Damit dies ein schlechter Scherz bleibt, am 13. Mai Zweitstimme Grün. Die richtige Wahl für mehr Bildung, Energiewende und Transparenz.